Wie soll dein Buch heißen? Wie wär's mit? Mit meinem Kampf. Das ist es. Keine Ähnlichkeit mit realen Personen. Ob tot oder lebendig, ist rein zufällig. Wie heißen Sie? Hitler. Sie sind gar nicht südisch als? Ich glaub, sie ist Spendol. Mein Blut ist rein wie Treibschnee. Ich suche einen Herrn Hutler, nein Hitler. Wen bitte darf ich melden? Tot. Sie haben ein elendes Leben verlängert. Wollten Sie das wirklich? Ja, Madame. Vielleicht ist das ja der Sinn der Dichtung. Den Tod zu beschwatzen und hinzuhalten. Es könnte eben notwendig werden, die Rundheit der Welt umzustrukturieren. Damit die Leute nicht mehr um das Runde kriechen können, sondern vom Rand hängen. Bis man ihnen auf die Finger tritt. Und die, hoppla, kreischend herunterfallen. Was sagst du dazu? Eine Erneuerung. Was sagst du? Untertitelung des ZDF, 2020